Leider wurde es dort teilweise ideologisch missbraucht. Freunde, lange haben wir überlegt und ich muss gleich noch was vor... Wir sind die Guten, die Antifa, das sind die Kriegstreiber. Und die Altparteien sind Kriegstreiber. Die dummen Menschen haben die Altpartei wieder gewählt. Wie blöd muss man sein, statt die AfD zu wählen. Mit den Vorberungen, Waffenlieferungen stoppen. Die Kamera ist da und in die Kamera schaut. Nein, mein Lieber, ich wende mich an die Leute, denn ich rede nicht mit Ihnen, sondern mit den Leuten, die dann das später sehen. Und den Leuten sage ich, wir sind hier in Dresden auf dem Theaterplatz für den Frieden. Ohne Wenn und Aber. Und wir wünschen uns, dass bald der schmutzige Krieg in der Ukraine beendet wird. Daran trägt die größte Schuld die Bundesrepublik Deutschland, die Waffen liefert, die Geheimdiensttätigkeit betreibt, lügt und betrügt und die deshalb meine Verachtung hat. Tolle Gäste, warum soll ich mich da jetzt hier abmühen und noch riskieren irgendwas? Frieden und wichtig. Sind Menschen, die Frieden möchten, sind die dumm? Frieden schaffen ohne Waffen, das ist ja nicht ein Slogan, der aus den Reihen der Grünen kommt, sondern das war ursprünglich in den Anfang der 80er Jahre eine grenzübergreifende Bewegung von der DDR. Wir haben heute natürlich diesen Jahrestag und es geht uns weder um Positionierung, wer ist schuld, wer ist nicht schuld, sondern es geht darum, dass Krieg auf europäischem Boden einfach Unsinn ist und beendet werden soll. Und bin ganz enttäuscht davon, dass das, was ich geglaubt habe bis 1990 und mich vereingesetzt habe, heute auf den Müllhaufen geschmissen worden ist und wir nicht das Gleichgewicht der Kräfte akzeptieren und eine ausgewogene Sicherheitspolitik. Deshalb bin ich sehr enttäuscht, dass der Krieg in der Ukraine ist und ich weiß natürlich die Hintergründe aus, der Krieg läuft mindestens seit 2014. Ich war 2002, 2003 im Kosovo als Hauptmann. Schon da waren die Ukrainer am Rockzipfel der Amerikaner, der US-Truppen dran mit Ausrüstung und Waffen. Spätestens seit 2002 ist für mich klar, wohin das läuft. Ich will Frieden haben und dazu gehört, dass wir Russlands Sicherheitsinteressen berücksichtigen, akzeptieren. Ja, Frieden, keine Waffenlieferungen an die Ukraine, weil Frieden schafft man nicht durch Waffenlieferungen. Und wir wollen im Grunde genommen eine Friedensverhandlung ohne Vorbedingungen. Wir unterstützen da die Initiative, die aus dem Vatikan kommt, vom Papst, dass man diesen Ort als neutralen Ort nutzt. Der Taxifahrer in Dresden auf der Liste hat Feinde des ukrainischen Staates. Die hinbebracht werden. Ich war von Kindheit an, obwohl ich im Westen aufgewachsen bin, ein Freund der Sowjetunion. Ja, ja. Wir leisten Widerstand. Präsident, Präsident Putin, unser Präsident. Hier, auf 16-fache. Also wir haben jetzt den Jahrestag eines fürchterlichen Krieges, der in Europa, in der Ukraine stattfindet und wahnsinnig viel Leid und viele Menschenopfer bereits gefordert hat. Und es ist daher besonders wichtig, dass von Wien über München, über Dresden heute hier am Jahrestag und morgen in Berlin eine starke europäische Friedensbewegung im Herzen Europas sich bildet, die zur Vernunft aufruft gegen Kriegstreiberei. Alles tun wir, damit ein mörderischer Krieg auch gestoppt werden kann und man auch eine Position ergreift gegen Waffenlieferungen. Und endlich, ich sage, die starken politischen Player, die es gibt, zur Vernunft aufruft, diesen Stellvertreterkrieg endlich am Verhandlung, politisch zu lösen und eine Lösung zu finden, wo auch beide Seiten der Kriegsparteien aufeinander zugehen müssen. Anders wird es nicht funktionieren.